Und der Staat hat ein Raumschiff. Stimmt, irgendwie müsste ich mein Raumschiff auch noch mal reparieren, aber dafür brauche ich ja den Apparat, weswegen ich zum Geothermiekraftwerk gehe gleich. Da war ja noch was. So, hier ist was kaputt. Ein Roboter. Du kennst keinen, der ja jemals so weit rausgegangen ist? Das ist traurig. Es ist gar nicht so weit. Das hier. Oh. Ich bin da der Hooligan. Wer beschießt mich? Genau. Okay. Sachen sammeln. Da hat es nichts. Güterfleisch. Er ist auch tot. Okay. Hier alles einsammeln. Alles was piept, ist böse. Und ich werde mal wieder Energie tanken. So, hier in das Gebäude rein. Alles mitnehmen, was nicht festgenagelt ist. Wie immer. Und dann schauen wir mal, was sich noch ergibt. Okay. Okay. Hier ist noch was drin. Und hallo, wer bist du denn? Du klingst verwirrt. Vielleicht ist auch eher eine Schraube locker. Vielleicht ist auch eher eine Schraube locker. Die einzige Sache, die sich hier umschraubt ist, ist der Herr der Marauder, die du runtergebracht hast. Ich habe nie gesehen, wie solche Bewegungen außerhalb meiner Serialdramas. Du, auf der anderen Seite, bist du eine Erinnerung, die sich zu behalten. Wenn ich halb deiner Gelegenheit hatte, wäre ich der größte Verlager, der der Kost hat ever gesehen. Ja. Eine Sache ist mir wirklich unklar. Wirst du hier gefangen gehalten? Okay. Wieso liebst du überhaupt noch? Ich weiß nicht. Die wichtige Prozesse, die das Miracle des Lebens constituieren, sind mysteriös und unkennbar. Oh, du meinst mit diesen Leuten? Ja. Die Marauder würden mich nicht verhören, sie lieben mich. Ich bin praktisch ihre Königin. Das muss mein natürliches Charisma sein. Ja, bestimmt. Ich bin beeindruckt, wie hast du das geschafft? Ich habe sie vielleicht ein paar Boxen von Adrenatime geholfen lassen, aber ich bin sicher, dass das nichts mit dem zu tun hat. Bestimmt nicht. Bist du aus Edgewater? Ja. Okay, ich wollte eigentlich was anderes. Komm wieder. Okay, sorry. Hier ist kein Weg rein. Jetzt sollte ich damit dafür die Pistole verwenden, oder? Noch eine Mine hier. Hier, und sonst auch nichts. Hier ist noch was. Aber so wirklich rein komme ich hier nicht, oder? Okay. Hier liegen noch ein paar Leute rum. Nächstes. Nächstes. Näch. Hier ist auch abgeschlossen. Und jetzt bin ich wieder hier vorne. Du bist Zoe Chandler. Du kennst nicht hier zu wenig den einen aus Friends, oder? Du brauchst. Was haben wir hier? Bisschen Geld. Bisschen was im Mülleimer. Was sind Deiner? Sind das jetzt Mülleimer oder nur Behälter? Und irgendjemand hat das per Google übersetzt. Okay, gehen wir mal hier hoch. Mal gucken. Hier ist nichts mehr drauf. Achso, hier nochmal. Und hier ist nochmal Sachen zu mitnehmen. Ja, äh, bis später, Schwester. Als wenigstens noch was in der Tasche. Ja, dann, äh, schaue ich hier noch ins Gebäude rein. Hätte gerade kurz überlegt, ob ich hier schon mal drin war, aber scheinbar noch nicht. Sind es hätte ich ja... Gehackt. Okay, gut. Die Mine habe ich ja gerade mal übersehen. So, hier liegt noch einer. Ah, dann. Gut, jetzt werde ich kurz mal hier reinschauen, denn ich muss jetzt da hin. Aber ich habe in meinem Inventar irgendwas gesammelt, was... rüstungsmäßig geil aussah. 13. Ich habe 6. 13. 1. Oh. Sieht ganz cool aus, würde ich sagen. Das ist 9. 6. 4. 7. Pavati. Du hast ja auch einen Outfit an, ne? Gut, dann behältst du das Outfit an. Okay, und ich nehme... Irgendwie den in die Hand, weil hier sind ein paar Outlaws. Eigentlich kommt es auf, eine Granate zu werfen. Das gibt es leider nicht. Du kannst nicht werden. Deswegen... Willst du oder soll ich? Da ist noch einer. Da ist noch ein bisschen auseinandergeflogen. Der Mütter ist ein bisschen auseinandergeflogen. Du hast nichts, ja? Gut. Das mitnehmen, was nicht fest ist. Wie immer. Den hatte ich schon, ne? Ja. Okay, schauen wir uns hier noch ein bisschen weiter um. Da steht noch ein paar Sachen dabei. Das gehört alles zu deinem Körper. Den hatte ich auch noch nicht. Achso, das gehört zu der Stadt. Und wir möchten jetzt ins Botanik-Labor, nehme ich an. Gut, das ignoriere ich nochmal. Ja, denn ich möchte jetzt hier mit diesem Werbeeinbendung in dieser Stadt gehen. Nur mit der Pistole bewaffnet. An die Tür hier gehen. Ne, will ich auch nicht. Hallo. Grace Romero. Ich weiß nicht, du. Was, was du anstiegst, ist hier nicht. Geh an. Was ist dein Problem? Du hast den Laden offensichtlich fest im Griff. Du willst versuchen, zu draußen in der Hälfte zu stehen, zu halten, um die nächsten Marader-Räde zu halten? Nein, ich bin sorry. Das war unbewertig von mir. Eine Frau namens Zoe hat ein paar Nachts vorgebracht. Sie hat nur auf und verbringte, ohne einen Träumen. Die haben wir vorhin getroffen. Eine positive Einstellung, ein bisschen seltsam, liebt Ritzos. Ja, ich habe eine Zoe getroffen, in einem Plündererlager. Danke, die Eternal. Warte, Marader-Kimp, ist sie okay? Du meinst, im Kopf, oder? Zoe's Familie. Chiding her ist unsere Veranstaltung, nicht yours. Du könntest sie nach Hause bringen, ich werde verabschiedet. Ähm, ich habe Fragen über Zoe. Ich erzähle dir, was ich kann. Wie gut kennst du sie? Well, genug zu wissen, dass wir nie mehr aufhören konnten. Zoe und Stefan waren nahe. Wenn jemand die Arbeit der eigenen Geist kennt, macht er das. Du wirkst so sympathisch. Es wäre vorstellbar, dass ihr nicht miteinander ausgekommen seid. Was ist das Thema? Wo finde ich Adelaide? Over in the Hothouse. Tending Krop. Okay, danke. Dann lasse ich dich mal zufrieden. Bis später. Okay, dann schaue ich mich mal in eurer schönen Siedlung hier um und finde diesen Bogen immer noch zu geil. So, ich könnte hier Sachen stehlen, das will ich aber nicht. Hallo, Deserteur. Dann sprechen wir halt nicht. Adelaide. Hübsch. Sagst du was Richtiges, ja? Auch dieses komische Tier hier. Ey, mir geht's gut, danke. Ja, bestimmt. Du musst Adelaide sein. Das ist super. Ja, mach mal. Ich erinnere mich, als du aber ein Sprout warst. Thomas spricht oft über dich. Du stehst lange? Mal gucken. Du solltest mal einiges von meinem Tabakorn-Tee probieren. Ich brühe es in einer alten Spittun. Aber es wurde verleicht. Ja, mal gucken. Ähm, ist das dein Gewächshaus? Nein, Lieber. Der Garten gehört uns allen. Ah. Okay, ich bin überrascht, dass es dir gelungen ist, hier draußen etwas zum Wachsen zu bringen. Okay. Ähm. Sieht so aus, als hättest du hier draußen ein Haus aufgebaut. A home for anyone who's ever turned their backs on Edgewater. A home for those of us with nowhere left to go and nothing to lose. So like the spores of the puffball cast on the wind and alighting on fresh soil. We put down new roots. Okay, ähm. Wie sollst du dein altes Zuhause verlassen? It is an unpleasant story, dear. But the short of it is that sometimes one wakes up and realizes the place that was once our home for much of her life has changed. The home in which we spent our lives has left us behind. And so, we must move on. And that is as much as I will say on the subject. Okay, ja. Reed bittet dich noch einmal darüber nachzudenken, in die Stadt zurückzukehren. Er ist willens wiedergutmachen zu leisten. Oder ihr lebt von Energie, die der Stadt gehört. Kommt zurück zur Konservenfabrik. Das ist auch schon alles. Reed bittet dich noch einmal darüber nachzudenken, in die Stadt zurückzukehren. Er ist willens wiedergutmachen zu leisten. Reed hat mich gebeten, eure Energie zu ihm umzuleiten. Er hat den Geotemi-Kraftwerk erwähnt. He would do such a thing. The question is, why would you agree to his plans? Have I not yet to agree to his plans? Eure Larka has a energy regulator. I need to repair my Schützer. Canary's got a regulator. You want chip parts, you ought to rip them out of the Canary's guts and leave us be. If you're going down to the plant, you should divert power away from Edgewater and toward our end of the grid. Think about it. You'd be liberating an entire town from a lifetime of service to that odious Canary. Seems the sort of thing a hero would do. Vielleicht, oder? Ähm, was hast du gegen die Stadt? You've seen that miserable excuse for a town with your own lamps. Hollowed-out-Workers laboring their lives away at the Canary, living off whatever scrap Spacers' choice throws them. You know that's true, don't you, Miss Holcomb? Your father died of overwork. His heart gave out. He was tired all the time, sure, but he was old, ma'am, and he raised me all by his lonesome. Look what they did to this child. Lost her family to the company, and still she defends them. Ja. Schön so. Was entstanden beim ersten heutigen Tagestatisieren, was ich tun kann? Es gefällt mir nicht wirklich, dass du ihr das vorwirfst, um mich auf deine Seite zu bringen. Was hast du gegen Menschen, die versuchen, ihren Leben zum Teil zu bestreiten? Oder sagen wir mal, ich würde dir helfen, was passiert denn mit Edgewater? Sagen wir mal, ich würde dir helfen, was passiert denn mit Edgewater? Life in Edgewater grinds to a halt. The Canary shuts down. Workers dessert in droves. And our own little camp grows and thrives. Du denkst, Reed will dir nur eins auswischen. Ich geh noch mal in den Spruch, was hast du gegen die Stadt? Ähm. Was hast du gegen Menschen, die versuchen, ihren Leben zum Teil zu bestreiten? Es ist nicht so vieles Leben. Every single person in that town has sold themselves to Spacer's Choice. The company owns them. Body, Blood and Bones. You've been there. You've seen it. Ja. All anyone ever does is toil over a canary. They give their lives for some heartless corporation. And then they're tossed into a Spacer's Choice Brand cemetery. Das finde ich ganz unrecht. So? What do you say? Divert Power over to us. Shut down that abominable canary for good. Sehr wahrscheinlich, ja? Ich überlege es mir. I trust you will listen to your conscience. Kondinziell bin ich auch dafür, das Edgewater abzuschalten, weil... Ich das einfach doof finde mit dem... Ähm... Körperangehörden der Firma. Was ja modernes Graberei eigentlich ist. Deswegen mal gucken. Aber noch ist die Entscheidung ja nicht da. Stattdessen weiß ich, dass hier noch der Rechner ist. Persönliche Dateien. Passwort erforderlich. So keiner? Erster Eintrag öffnen. Persönliche Daten, erster Eintrag. Möge das ewige mein erstes Unterfangen segnen. Es sind zwei Tage vergangen, seit ich das Leben in der Edgewater-Konservenfabrik hinter mir gelassen habe. Glücklicherweise sind die alten Botaniklabore immer noch betriebsfähig. Zum Großteil zumindest. Der Boden ist übersäuert. Ich werde tun, was ich kann, aber ich werde einen wirklich starken Dünger brauchen. Ich finde es leid, den Nachgeschmack von Zeltuna Tag ein Tag aus auf der Zunge zu schmecken. Ich will etwas Frisches. Etwas, das aus der Erde wächst. Letzter Eintrag. Persönliche Dateien. Letzter Eintrag. Wir haben einen weiteren Arbeiter aus Edgewater gefunden. Jetzt ein Ex-Arbeiter. Die Zahl der Deserteure steigt wohl. Das überrascht mich nicht wahnsinnig. Greets Management Steel war schon immer der eines Diktators. Ich gehe davon aus, dass sich eine Massenabwanderung anbahnt. Wie dem auch sei, der Arbeiter befand sich in einem erbärmlichen Zustand. Lieber flache Atmung im Delirium. Er muss von der Seuche erwischt worden sein. Ich habe ihn mit einer Ernährung aus Grünzeug wieder aufgepäppelt. In nur wenigen Wochen ging es ihm wieder gut. Physisch und spirituell. Er gehört nun zu unserer Schar. Dankverzeichnis. Experimentnotizen. Erster Eintrag öffnen. Experimentnotizen. Erster Eintrag. Ich funktioniere hiermit dieses Botanik-Labor um. Ab sofort dient es nicht mehr länger, also einem ursprünglichen Zweck, als Zahnrad in der Seelenlosmaschinerie des Systemkonzernsystems. Das Gewächshaus mag zwar beeindruckend aussehen, aber wie alle Produkte von Spacers Choice ist es minderwertig und unzuverlässig. Ich werde wohl eigenhändig einige Reparaturen vornehmen müssen. Dieses Labor wird eine echte Heimat für Pflanzen werden. Wenn ich es recht verstehe, gelang es dem Gartenbauern kein einziges Mal, auch nur eine lebensfähige Nutzpflanzenkultur hervorzubringen, bevor sie das Gewächshaus aufgraben. Anscheinend soll die Erde nicht reichhaltig genug sein. Ich bin entschlossen, einen Weg zu finden. Möge das ewige mein Unterfangen gut heißen. Und letzten Eintrag öffnen. Die Flora ist ein Lebewesen, die so empfindlich auf ihre Umwelt reagiert wie jeder andere lebende, intelligente Körper. Meiner Meinung nach sind die Ernten in dieser Region fehlgeschlagen, weil die Konzernwissenschaftler, die mit dieser Aufgabe betraut waren, kalte, herzlose, unmenschliche Akteure einer sterilen und unmenschlichen Machtgefüges waren. Unter solchen Bedingungen kann man nicht erwarten, dass Pflanzen in sattem Grün erstrahlen und bis in den Himmel hin aufwachsen. Der Boden ist sauer, das stimmt. Ich weiß nicht, wie ich das erklären soll. Ich bin mir sicher, die Scientisten würden so etwas von Biologie oder dem Kohlenstoffzyklus erzählen. Aber nach langen Monaten, in denen ich eigene Experimente durchgeführt habe, komme ich zu der Schlussfolgerung, dass das Geheimnis zu einem üppigen und gesunden Garten in Liebe, Aufmerksamkeit, Mitgefühl und einem natürlichen Dünger voller organischer Materialien liegt. Genau wie es die Natur vorgesehen hat. Entschuldigung. Das zu dem Thema. Jetzt schaue ich mich hier noch ein bisschen um. Suche nach dem Energiedings. Der sich hier aber wohl nicht befinden wird. Dann gehe ich mal auf die Karte, auf das Tagebuch. Und das mit Zoe. Und laut Karte stehe ich jetzt vor dem Typen. Du bist ein Deserteur. Na, Stefan Garcia. Hallo, Stefan. Äh, ja. Ich habe gehört, dass einer deiner deiner Leute verschwunden ist. Du meinst Zoe? Ja, wir waren ziemlich nah. Ich würde nicht, dass sie wegflogen gehen. Was ist an den Tag von Zoes Verschwinden passiert? Äh, ja. Hat sie sich vor ihrem Verschwinden seltsam benommen? Ja. Ich kann nicht sagen, dass ich Zoe immer schreibe, dass es so strange ist. Ja, außer für ihre Habit, dass sie Dinge auf Schrappen auf Schrappen auf Papier geschrieben hat. Sie nannte es Journalen, aber ich denke, dass es einfach blöd ist. Ja. Ja. Erzähl mir von Zoe. Ach, eine Überraschung. Was war denn das? Okay. Könntest du mir die leihen? Zoe lebt bei den Flindernern in unmittelbarer Nähe. Ich muss sie irgendwie überzeugen, hierher zurückzukommen. Ähm, überzeugen. Sehe ich so aus, als würde mich deine Show ein Schin interessieren? Ja, du bist wahrscheinlich richtig. Ein wahrer Fan würde sich ein Gleam in ihrem Augen sehen, als sie die Worte von der Verkaufs Edition hören. Hier geht's. Die letzte Kopie der Maske-Marketeer. Tell Zoe, wir warten alle auf ihr. Episode 38. Ich habe weitere Fragen über Zoe. Ähm, Moment. Da war noch was. Hey, ich habe Zeit. Was verkaufst du? Händlerfertigkeit. Deine Händlerfertigkeit entspricht deiner höchsten Dialogfertigkeit und wird verwendet, um beim Kauf und Verkauf Preise für den Händler festzulegen. Ich möchte verkaufen. Ich möchte reparieren. Ich habe kein Geld mehr. Dann werde ich erstmal das Schraub verkaufen. Und doppelte Waffen. Kann ich die nach was anderem sortieren? Egal, ich habe hier ein Schwert. Ding, 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 ding. Jetzt sollte ich gleich mal gucken, was ich für Waffen habe. Abgesiegte Schrotflinte. Die Klinge habe ich auch schon ein paar Mal. Die würde ich auch gar nicht haben. Kann ich die Klingen erstmal weg hier. Weg, weg, weg. So. Die habe ich auch ein paar Mal. Die können alle weg. Die Schwerter können auch weg. Die Klinge können auch weg. Dann habe ich noch mal so einen. Sollen. Die kann auch weg. 94. Jagdgewehr. Und dann habe ich jetzt ein schönes Inventar. Hier habe ich auch noch. Kann weg. Die behalte ich noch. Warum auch immer. Die neuen Kunas können weg. Alles nur Gewicht. Das nutze ich eh nicht. Das nutze ich eh nicht. Dann könnte ich nochmal hier die beiden reparieren. Und. Das war's dann. Danke dir. Danke dir. Danke dir. Danke dir.